Hallo und jetzt Willkommen zur nächsten Aufnahme via... Ja, letztes Mal habe ich einen Cut verkackt. Ähm... Aber ich habe jetzt mal einfach ohne Aufnahme weiter gespielt und wir sind jetzt bei CrossRache. Ja, ich habe aktuell kein Internet, deswegen nehme ich wieder auf. Und wir sind beim vorletzten Endboss. Los geht's. Okay, in der ersten Welt haben wir ja Crow besiegt und jetzt ist der ein Geist geworden. Und seine kleinen Geisterpapageien rennen uns hinterher. Und der letzte wirft uns immer ein Fass hinzu. Jetzt müssen wir flüchten. Oh, scheiße. Das ist natürlich... Und man muss ständig in Bewegung bleiben, soweit ich weiß, sonst schaffen wir das nicht. Und soweit ich weiß, ist links ein Kong. Beziehungsweise ich habe ihn gehört. Und wir müssen hier rein, alles klar, super. Alles klar, hier oben beginnt dann wieder das gleiche und ich habe das Gefühl, die werden immer schneller. Ich glaube, das war früher so. Ja, oh, da kommt sogar noch einer. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, verkacken darf man nicht. Äh, warum kommt der nochmal? Naja. Egal, jetzt haben wir ja alle im Prinzip verstanden. Jetzt geht die Party ab. Zeig dich! Scheiße. Egal, wir können ja auch einfach ausfeuchten. Lügt eigentlich keinen. Boah, die haben wir aber noch rechtzeitig getroffen. Heppa, heppa, teppa. Oh Gott, kommen die schnell, ey. Okay. Puh, weiter geht's. Okay, weg mit denen. Okay, die hacken sind diesmal rechts. Alter, wie soll das denn möglich sein? Ja, okay, übertreib halt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter! Man kann auch übertreiben mit Eiern. Hätten sie Eierrache, Eier, Eierrache nennen müssen. Mein Gott. Jetzt müssen wir die ganze Kack wieder machen. Warte mal kurz. Dafür brauche ich mal eben den. Das geht auch. Gut zu wissen. Das geht auch. Gut zu wissen. Okay. Weiter geht's. Okay, jetzt kommt ja die Übertreibung wieder. Ich beeile mich jetzt einfach mal. Scheiße. Ey, das ist so... Das ist so unmachbar! Wie soll das möglich sein? Nein. Ich hab diesen Boss-Games doch schon immer gehasst. Äh... Ja, erster Game-Over im gesamten Let's Play. Das kann auch daran liegen, dass ich vorher mal Save-Set gedrückt hab. Falscher. Nein. Alles klar. Weiter geht's. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn einfach. Ich weiß noch, wie ich ihn damals als Kiddy nie geschafft hab. Aber er ist auch einfach schwierig. Ist doch nicht umsonst der vorletzte Boss. Ich fand's ja sogar schwieriger als der letzte Boss. Mist! Oh, jetzt muss ich nochmal ne Runde abwarten. Gibt's doch nicht. Ja, oder ich sterb einfach. Guck! Das nerft! Das, das nerft! Das nerft! Das nerft! Das nerft! Da 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 Okay, ich spring lieber wieder. Hä, siehst du? Diesmal ist er hier gelandet. Ey, was? Nimm den doch in der Hand, du Wichs. Aber ich habe mich wenigstens getroffen, okay. Aber jetzt kommt wieder die Kacke und die ist sowieso alleine und schon unmöglich, ey. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, komm schon, ey. Ich mache die Sachen jetzt doch erstmal vorher mit Dixie und dann mit Didi. Oh, was ist das? Ah, scheiße. Soll ich wegen den Niesen? Könnte ich mich nicht konzentrieren. So, jetzt kommt wieder die unmögliche, machbare Scheiße. Boah, warum kommt der denn rechts, wenn ich links vorher antäusche? So was von unmachbar. 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 Okay, der Erste da ist mittlerweile easy going. Die Raben kaputt machen, die Adler. Mein Gott, die Papageien kaputt machen, ist auch kein Problem. Das ist jetzt schwierig. Ah, doch nicht. Doch nicht gelistet. Ja, leck mich doch, ey. Ganz ehrlich. Das ist so fucking scheiße, dieser Part. Er nervt. Er nervt. Er nervt. Er nervt. Er nervt. Da, 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 da. Soll ich die ersten Versuche alle mal wegen inkompetent vorspulen? Komm, jetzt aber. Jetzt aber, jetzt aber. Der Erste kommt da, der Zweite kommt da, der Nächste wird da kommen, 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 der Nächste wird da kommen und hopp. Boah, ich hab's geschafft. Uh. Alles klar, wir sind auf dem Nest. Wir sind auf dem Nest, meine Freunde. Komm, jetzt schnell. Scheiße. Sein Problem. Boah. Leck die Wand weg, ey. Okay, ich muss mich lieber drehen, das klappt besser. Ja, ist klar. Okay, links ist das fast. Stirb. Was? Was? Der ist tot. Wir sind gleichzeitig gestorben. Nein, Alter, das, das... Hau ich gleich alles kaputt. Hau ich hier gleich. Okay, einfach. Ey. Okay. Okay, alles mit Konzentration. Alles mit... Ich hab... Nee, ich hab keinen Bock mehr. Nee. Nee, nee, nee. Alles mit Konzentration, meine Freunde. Okay. Alles lockermachen. Ja, kommt. Ich tiese ein paar Tasse, ne. Nein. Egal. Dann machen wir die ganze Kacke halt mit einkommen. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Problem. Kein Problem. Kein Problem. Okay. Wir wissen, das ist der letzte. Stirb. Das... Ich lass zu... Ich lass zu spät los. Ich lass einfach zu spät los. Das kann nicht wahr sein. Ich hab den Schotzei mal besiegt, aber ich bin selber dabei gestorben. Ich mach hier. Ich bin der einzige Mensch, der es schafft, bei Doki Kong einen Unentschieden zu machen. Warum wirft Dixie auch so viel langsamer? Boah, Dixie ist so behindert. Nee, manchmal. Ah. Mit Dixie werde ich kein Freund. Die hat einfach viel mehr... Movement. Movement. Move. Move, smooth. Aber das darf ich die Stelle natürlich nicht verkacken. Ein Kong wäre mal nützlich. Achso, wenn man einen Eing Kong hat, dann kriegt man den direkt in der Hand. Wenn man zwei hat, dann legt der sich irgendwo hin. Okay. Warum ist das so? Ist ja richtig behindert. Die Stelle schaff ich jetzt sowieso nicht mit Eing Kong, ey. Kannst du das Wort verknicken. Boah, warum kam der jetzt rechts? Ich hab ihn nur links gelaufen, ey. Da, da. Da, da. Da, da. Ach komm schon ey Ganz ehrlich Okay oder noch nicht Ich bin doch getäuscht Keine Ahnung Warum das manchmal in der Hand gibt Und manchmal Boah Ich hasse diese Stelle Ich hoffe Irgendwer versuche Wird ich sowas vorspulen Ist ja viel zu langweilig Für euch immer das gleiche zu sehen Nur weil ich inkompetent bin Gerade Ach Gott Dontendo Verzeih mir bitte diese Inkompetenz Ich weiß so dass ich diesen Boss Beim dritten Mal geschafft Oder beim zweiten Mal sogar Oder beim ersten Mal Ne ich glaube beim zweiten Mal Ich muss nachher mal nachkommen Oh, 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 oh. Es hat mich nicht berührt. Ich brauche echt zwei Kongs. Aber ich brauche Ditti als Notwehr. Oh, Dixie. Movemente dich. Geh drauf, du Piatsch. Okay, jetzt brauche ich den Movement, Ditti. Oder auch nicht. Mir egal. Ich hüfte da rein. Alles klar, jetzt machen wir das, Leute. Jetzt ist es easy. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, scheiße. Weg mit dir. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Alles klar. Okay, ich werfe. Jetzt. Jawohl, ich habe ihn noch getroffen. Bum, bum, bum. Wir haben es mit Dixie geschafft. Oh, yeah. Und bei der nächsten Folge sind wir bei King Rules Reich. Die letzte Map. Das letzte Level. Die letzte Welt. Der letzte Endboss. Und vielleicht die vorletzte oder letzte Folge. Haut da rein.